Ja, das war unser DocTalk zur Initiative Mein Zielbereich. Was für ein Abend. Also wir hatten ganz spannende Beiträge von unserem Partner Dexcom. Wir haben über die medizinische Seite, aber auch die menschliche, alltägliche, chaotische Seite des Lebens mit Diabetes gesprochen. Wir haben diskutiert und wir werden natürlich weiter diskutieren. Unter dem Hashtag Mein Zielbereich legen wir eigentlich jetzt erst richtig los. Also folgt Dexcom, folgt D-Doc und diskutiert fleißig mit. Wir freuen uns auf euch. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen Mitwirkenden auf dieser virtuellen Bühne hier heute. Vielen Dank an Lars und Priscilla von Dexcom. Dankeschön an Katharina, an Matthias Steiner, an Gina, Dani, Kevin, Annika, nochmal Kevin und Huda. Und natürlich danke ich auch von Herzen allen Menschen hinter den Kulissen, nämlich Bastian, Hanne, Katharina und Timo. Und vor allem danke ich euch da draußen, der Community, an alle, die eingeschaltet haben, zugeschaut haben und auch fleißig mitdiskutiert haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt dran, online geht's weiter. Wir sehen auf Social Media und wir freuen uns ganz besonders auf eure Bewerbung für das D-Doc-Boys, das Programm. Vergesst das nicht. Das war unser DocTalk. Dankeschön und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.